Immerhin, es haben sich die ersten gemeldet, die dieses Trikot nun kaufen wollen. Wir nehmen an, diese Geschichte geht noch weiter. Und wenn sich nicht der Herr Neuer noch meldet. Heute nimmt die Filmwelt Abschied von einem Umstrittenen sowie Genialen. Dazu jetzt mehr Präsentprominent. Am Ende ist es still geworden um ihn. Stiller, als er das je kannte in seinem bunten Leben. Regisseur Dieter Wedel ist gestorben. Die vergangenen Jahre fiel sein Name nur noch mit MeToo und Vorwürfen gegen seine Person, die aber bislang nicht nachgewiesen wurden. Denn der Prozess steht noch aus. All das Großartige, das Dieter Wedel vorher geleistet hat, das wurde in den vergangenen Jahren kaum noch erwähnt.